Einen schönen guten Morgen. It's raining man hallelujah. Er hat zwar Regen angesagt, es hat dann nicht geregnet, aber Regen darf ich jetzt. Genau, es war echt in der Verstehung gar nichts, es hat die ganze Nacht nicht geregnet. Wir sind jetzt an der Tour, es trifft wieder ein bisschen aber leicht bis jetzt. Das heißt, man setzt die Tour mal fort, es hört besser, wenn ich laufe des Tages. Das hoffen wir. Bei uns geht es da heute so alte Bahntrassen entlang, die haben Stuhl gelegt und so einen Radweg umgebaut. Echt ganz cool und geht auch eine ganz schön schneidige Reiche. Das wird gehen. Aber eine geile Aufnahme, glaube ich. Sichtbar da. Und echt crazy. Los ist heute mal gar nichts. Wir sind motorisiert am Weg. Strom. Du auch? Ja, ich auch. Richtige Radel genommen. Strom. Aber Stromsparen heißt. Stromsparen. Der lange Tour. Wir machen jetzt, was wir gestern haben, dieses Monte Croc, irgendwas da vorne bei dem Kreuz. Fahren dann aber Richtung Norden an den Dreh lang. Relativ an langen Lauterkarten. Und hängen dann noch was dazu, falls der Akku das Ganze hergibt. Da müssen wir jetzt schauen. Genau. Warum? Ja, weil wir als Spartak starten sind, weil es ja, wie gesagt, eigentlich nicht kriegen kann. Die Drehung ist vom Viertel verwarf. Es sollte, wie gesagt, nicht lang gehen. Und jetzt machen wir das ganz spontan. Aber es ist, wie gesagt, immer ein bisschen Auskundschaft. Wir haben einen Gipfel weitermacht. Wir haben jetzt in jede Richtung einen Berg schon gemacht. Und der vierte Tag jetzt? Fünfter? Vierter Tag. Und jetzt fahren wir nur noch nach Norden. Man muss dann immer, wenn wir am Berg sind, schauen, okay, wie geht es weiter. Weil oft sind wirklich Schneemassen drin. Und teilweise gar nicht. Das macht halt keinen Sinn, wenn es warm ist. Ja, jetzt packen wir es an. Bist du bereit, oder? Jawohl. Du hast auch was gefrühstückt? Sehr gut was. Warst du gut, oder? Ja. Okay. Schauen wir uns in die Kommentare, was ist so Frühstücks. Ich glaube, ich habe alles gegessen. Ich übernehme mir den Rehat schon wieder. Jetzt hätte ich den Sattel umschrauben müssen, weil es ja voll warm. So, heute haben wir im Nebel, oder? Ja, voll im Nebel heute. Hat doch ja auch kein Regnen. Jetzt sind wir im Nebel. Wir haben ja von gestern die Aufnahmen und jetzt wissen wir ja, weil es in den Originalen auch schon, gell? Mit Süchten. Mit Süchten Nebeln? Ziemlich süchten Nebeln, ja. Voll. Ich bin gespannt, was dann kommen will. Regnen? Komplett Nebeln? Oder Sonnen? Regnen! Hörst du es? Oder seht du es? Schau sie mir. Da vorne. Leute. Wir haben gestern schon gesehen. Schaut wir es. Schaut sie mir bitte. Nur die Nebel. Hörst du es mir nicht hin? Ich hab da auf die Haxe auch so viel hoch, da hinten hängt. Es geht darum, dass es noch... Ja, voll jetzt auch. Sicht ist nicht besser geworden, weiß ich nicht ob es schlechter geworden ist, auf jeden Fall gleich. Ein einziger Vorteil, was man sieht am Weg noch, wo man fahren kann, wenn es jetzt Schnee wäre, dann wäre es echt ein Problem. Das stimmt, man sieht es noch echt gut, auf jeden Fall super. So schaut es da aus. Man kennt es jetzt nicht, aber von da sind wir gestern auch gekommen. Also bis zum Kreuz nochmal der gleiche Trollen und dann geht es dann für uns rechts weg. Gute Sache. Auf jeden Fall. Bahn und Schwenk bringen jetzt nicht viel. Ja klar, da ist mein es noch. Es werde jetzt wirklich nicht so prickelnd, aber es sind noch drei Radfahrer gekommen. Ja genau. Von denen waren die ganz viele andere Leute heute. Ja das stimmt. Es ist richtig nassgeheil, es nieselt schon wieder. Ja jetzt vielleicht. Jetzt schauen wir mit der GoPro, wie viele Fotos die noch da macht, wie der ist. Schade, ein bisschen mehr der Wart. Aber jetzt ist es eben süß das Ganze. Schauen wir vielleicht weiter durch. Ja, ich glaube ja nicht. Passt, dann packen wir es auf. Ja. 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 Ich bin super. Wauw! Wauw! Das ist super. . . . . . . . . There is nothing that we can do Stop this lake from breaking through Don't call the ring of my time A generation of my kind There is nothing that we can do Stop this lake from breaking through There is nothing that we can do Oh yes, that's why There is nothing that we can do Do you want to see or what? There is nothing that we can do Das war's. Ah, da bleiben wir hinschültig. Cooler. Ah, das ist der Haus. Scheiderweg, oder? Sohle Maxi, aufsitzt! Sohle 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 Hier Sohle Sohle Sam Teukwitsche Palistola Sohle 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 Etwa Sohle 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 haben wir das auch gemacht. Die Einheimischen würden die lieben. Heute gibt es Konserven. Riener zu einem Katzenfutter. Lecker. Das ist das Beste vom Besten. Zum einen ist die Verpackung nachhaltig. Das ist das Blech. Entweder rostet oder einschmolzen. Kein Plastikmüll. Und zum zweiten ist erstes nicht klar. Das Teil hat 20 Gramm Eiweiß. Hat 0,2 Gramm Zucker. Kohlenhydrate auch noch 2 Gramm. Sicher ein bisschen an Fett hat. Das braucht jetzt. Das ist verschwunden. Das ist Hammer. Spaß beiseite. Echt eine coole Sache. Das machen würde ich sehr gerne. Lass uns ihn schmecken. Schön. Das ist so cool, oder? Ja. 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 Es wird ein wenig Sonnenstrahlen manchmal. Man kann das jetzt nicht so gut drauf gucken. Geil, oder? Geil, oder? Geil, oder? Volle! Ja! Edel! Achtung! Kacke! Geil, oder? Geil, oder? Soll die Arbeit die ganze Steine da hineinlegen, oder? Ja! Geil, oder? Geil, oder? Geil, oder? Was ist das? Was ist das? So, wir sind back in town. Hinterhin geht's schon voll ab. Nur wenn ich jetzt auch noch was trinken darf. Es ist echt total cool und entspannt. Gute Musi haben sie. Leben und Leben lassen. War echt ein cooler Tag. Und eine coole Blut. Wahnsinn. In der Früh haben sie gemeint, wir haben einen Ninoschlag noch gehabt. Nachher hat sie aufgerissen und etwas getrocknet. Mit E-Packs ist die Aufwand wieder perfekt. Danke, dass du dabei warst. Genau. Siehst du es in den Kommentaren. Wir lesen es gerne durch. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.